Die Nordbau 2013 präsentiert von HKL Baumaschinen. HKL – Mieten, Kaufen, Service. Der spanische Baumaschinenhersteller AUSA zeigt auf der Nordbau 2013 seine Produktneuheiten und verspricht Maschinen mit kompakten Abmessungen herausragender Stabilität sowie hoher Funktionalität. Im Fokus der Messe der AUSA Teleskoplader T144+. AUSA präsentiert sich 2013 auf der Nordbau mit der Firma Ehrens & Lüneburger gemeinsam, mit unseren Händlern vor Ort, unserem starken Partner in dieser Region, der sowohl AUSA Produkte verkauft, vorführt und vermietet. Auf der Nordbau 2013 zeichnet sich erstmals unser Highlight, unser Modell 144 Plus, aus. Das ist der kompakteste Teleskoplader weltweit. Die Maschine ist sehr kräftig, hat eine Hubkraft von 1,35 Tonnen auf 4 Meter. Und was vor allem sehr wichtig ist, die Maschine hat ein geringes Transportgewicht, damit der Endverbraucher auch jeden Anhänger mit 3,5 Tonnen anhängen kann. Die Maschine hat das Konzept des Geländestaplers aufgenommen, vereint mit den Konzepten eines Teleskopladers. Dadurch hatte ich auch den Vorteil gegenüber knickgelenkten Radladern, dass ich hier eine sehr große Hubkraft habe und eine sehr große Stabilität, was weit gegenüber den Knickladern vorausgeht. AUSA verbaut in dieser Maschine einen leistungsstarken Kuboto-Motor mit 30,5 PS, Vierzylinder, einer der gängigsten Motoren in diesem Kompaktmaschinenbereich. Alle Komponenten, die verbaut sind, sind bekannte Markenkomponenten. Zum Handling der Maschine, AUSA schaut, dass die Maschinen möglichst ergonomisch bedienerfreundlich sind. Sie haben in Bedienung alle Steuerungen. Die Zusatzhydraulik erfolgt alles über einen Joystick. Der intelligente Allradantrieb ist hervorzuheben. Wir nennen das HED-System, das High-Effizient Transmission System. Das heißt, das ist ein intelligenter Allradantrieb, der die Schlupfregulierung selbst gestaltet. Dadurch ist das Fahrzeug sehr einfach und unkompliziert zu fahren. AUSA vertreibt seine Maschinen über ein flächendeckendes gut organisiertes Händlernetz mit einer zentralen Ersatzteilversorgung, welche hier in Deutschland platziert ist. Die Nordbau 2013 Präsentiert von HKL Baumaschinen HKL Mieten, Kaufen, Service Bauforum24 TV Construction in Motion Mieten, Kaufen 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 Mieten, Kaufen